100k Bratatata Ein cooles Intro, eine wahnsinnige Zahl und was ändert sich jetzt? Nix, bleibt alles beim Alten. Es ist alles wie immer, trotzdem noch mal ein lautes Dankeschön. Ihr seid verrückt, die Kommentare sind verrückt, wer sich jetzt fragt, welche Kommentare hier. Aber wir wollen natürlich direkt Back to Business. Und die heutige Frage ist, ich habe eine schöne Tischplatte, ich brauche aber ein Untergestell und ich möchte keins aus Stahl, ich möchte eins aus Holz. Und genau das wollen wir heute bauen. Ein Tisch Untergestell aus Holz, was sehr schön und sehr stabil ist. Wir haben heute etwas anders gemacht, aber das zeige ich euch drüben. Also gehen wir rüber. Anders als sonst haben wir den groben Zuschnitt der Teile für das Untergestell diesmal schon gemacht. Warum? Weil wir in letzter Zeit sehr, sehr viel Zuschnitt hatten. Alle, die jetzt sagen, wie geht das? Guckt euch dieses Video an. Es ist eigentlich im Prinzip immer der gleiche Prozess. Was trotzdem wichtig zu sagen ist, wie viel Material ist das, was du hier verbraucht hast? Das ist relativ einfach. Es ist eine 3 Meter lange Bohle gewesen. Wir haben lediglich ein Stück rausschneiden müssen. Alles andere verwenden wir. Wir brauchen aber auch nicht mehr. Wie gesagt, nur eine Bohle. Was wir nicht verwenden, ist der Kern. Warum wir den Kern nicht verwenden, haben wir uns schon des Öfteren angeschaut und besprochen. Wir wissen ja, der Kern arbeitet wie wild in alle Richtungen. Und warum habe ich jetzt dieses Stück hier und warum liegt es so schlecht? Weil es sehr gut veranschaulicht, warum der Kern ein Problem ist. Nämlich, wenn wir das Stück umdrehen und sehen, oh, Alter, das sieht ja aus wie ein, ja, weiß ich nicht, Minenschlachtfeld. Das ist ein sehr anschaulicher und guter Grund, um zu verstehen, warum wir den Kern in der Regel nicht verbauen können. Er arbeitet, wie gesagt, durch die runde Form und durch das ungleichmäßige Aus- und Zusammenziehen in alle Richtungen sehr extrem. Und dadurch treten diese wahnsinnig wilden Risse auf. Und deswegen werden wir dieses Stück natürlich nicht verbauen, einfach weil das, ja, das Stück ist jetzt schon in einem katastrophalen Zustand. Also kommt das wieder weg. Wir richten jetzt alle Teile ab. Ganz wichtig, die Profilstärke, die wir anstreben, ist 50 auf 50, also 5 mal 5 Zentimeter. Das machen wir jetzt und danach schauen wir uns ein paar sehr wichtige Sachen zum Thema Konstruktion an. Denn bei so einem Tischuntergestell müssen wir schon ein paar Sachen beachten. Und wie gesagt, das machen wir gleich nach dem Abrichten. Und wie gesagt, das machen wir schon ein paar Sachen. Unser Material ist fertig und wenn wir uns das jetzt erstmal so angucken, sehen wir schon, für Beine brauchen wir gar nicht so viel Holz. Also es ist kein Produkt oder Projekt, was viel Material braucht. Und das ist eigentlich ganz cool. Wir können natürlich auch unter jede bestehende Platte neue Beine bauen. Unsere Platte soll jetzt ja vereinfacht am Ende so aussehen. Und wir wollen Beine haben, die leicht ausgestellt sind, die hier noch verbunden sind. Das Ausgestellte ist optisch sehr schön. Ist natürlich platztechnisch ein bisschen blöd, weil wir diesen ganzen Raum hier verlieren, weil da das Bein ist. Wir werden eine Ausstellung in 5 Grad haben. Warum, wieso, weshalb? Einfach, weil es gut funktioniert. Wenn wir uns das Ganze jetzt einfach andersrum vorstellen und sagen, alles klar, wir haben so ein Klassiker, wir haben einfach ein gerades Bein an jeder Ecke. Dann ist das nicht ganz so ästhetisch, aber platztechnisch deutlich besser einfach, weil das Bein wirklich nur den Platz wegnimmt, den die Materialstärke auch wirklich hat. Hier haben wir, und das sieht man, glaube ich, ganz gut durch das Gestrichelte, auch noch den schrägen Raum, der nicht wirklich nutzbar ist. Das heißt, so eine Beinkonstruktion ist nicht ganz so schön. Warum, dazu kommen wir gleich, aber bietet halt mehr Platz. Und das ist ganz, ganz wichtig, überlegt euch immer, wenn ihr euch einen Tisch selber bauen wollt oder Tischbeine, dann ist es immer ganz, ganz wichtig zu überlegen, was macht auch Sinn. Optik ist ganz toll, aber halt nicht alles. Wenn ich sowieso schon eine kleine Küche habe, sowieso schon einen kleinen Tisch habe und dann mache ich noch toll ausgestellte Beine, dann kann ich vielleicht am Ende an dem Tisch überhaupt gar nicht mehr sitzen. Und das ist dann blöd, dann nehme ich vielleicht lieber solche Beine. Warum sieht das jetzt nicht ganz so ästhetisch aus wie das? Ganz einfach, das wirkt sehr monolithisch, sehr geradlinig, kann auch schön sein, aber ich finde, so eine leichte Schrägheit macht das Ganze ein bisschen einfacher. Bisschen aufgelockerter und nicht ganz so statisch. Und ein Tisch ist ja eh meistens ein großes Möbel, das heißt, wenn das auch noch sehr statisch aussieht, dann wirkt es sehr, sehr groß. Das beste Beispiel ist der Tisch von meinem Vater, der genau so aussieht, 3,20 Meter lang ist und 1,20 Meter breit. Der sieht aus wie ein Elefant, nichtsdestotrotz ist er natürlich schön. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das beides Beingestelle sind, dann gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir solche Beingestelle, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das wirklich das Gestell wäre, bis hier, wie wir solche Gestelle wiederum an die Tischplatte bekommen. Und das wollen wir uns in diesem Video auch anschauen. Welche Möglichkeiten gibt es, solche Gestelle nachträglich oder auch im Prozess an einem Tisch zu befestigen? Und da auch nochmal ganz wichtig, ich male jetzt hier schon mal so tolle Schrauben hin. Warum? Ganz einfach, man sollte immer bedenken, ein Tisch muss bewegt werden. Und je fester alles zusammen ist, desto unmöglicher wird es teilweise, ihn zu bewegen. Ich sage nochmal, vielleicht blende ich sogar ein Bild von dem Tisch ein. Dieser Tisch von meinem Vater ist ganz, ganz schön, super unpraktisch, weil er ist riesig, er ist nicht auseinandernehmbar. Und auch das solltet ihr euch gut überlegen. Wie man das Ganze festmachen kann, schauen wir uns gleich an, wenn wir unseren Rahmen fertig haben, beziehungsweise unsere Rahmen, was wir jetzt als nächstes machen. Die Teile ablängen, die Winkel dranschneiden und dann geht es auch schon ans Verbinden. Jetzt bekommen wir schon mal eine ganz gute Idee, wie unser Rahmen in etwa aussieht. Und wir sehen auch ein ganz, ganz wichtiges Detail, auf das man aus meiner Sicht auf jeden Fall achten sollte. Und das ist die Maserung. Wir sehen ja, wenn wir hier so ein Stück angucken, dass wir diese geradene Maserung haben, also diese Jahrringmaserung und dieses blumige. Und wir sehen jetzt hier bei dem Rahmen, dass die Geradlinie, um es einfach zu benennen, immer mit der Geradlinie übereinpasst und von der Seitensicht wir immer nur die blumige sehen. Das ist theoretisch gesehen vielleicht ein bisschen langweilig oder ganz schön, je nachdem, wie ihr das seht. Wichtig finde ich immer, dass man bei zwei Teilen immer das Gleiche macht. Das heißt, die Beine sollten die gleiche Maserungsrichtung haben und auch diese beiden Teile. Man kann es durchaus auch wechseln, dass man sagt, okay, das blumige wäre hier nach oben beziehungsweise nach unten guckend. Das wäre ein schöner Kontrast zwischen den beiden Teilen. So, wenn wir die Maserung aber sozusagen umlaufen, gleich haben, finde ich es doch sehr, sehr ansprechend. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen jetzt die Dominos fräsen und für die Überblattung, die wir später brauchen, hier schon mal einen Teil der Überblattung sägen. Ganz, ganz wichtig, ihr braucht für solche Gestelle keine Matheformeln oder irgendwas. Ihr könnt es natürlich mathematisch machen. Wenn ihr aber kein Mathe könnt, braucht ihr das nicht. Ganz einfach, macht euch eine 1 zu 10 Skizze mit den Maßen, die ihr haben wollt, fertig. Oder macht es noch einfacher, legt euch die Teile hin und messt. Auch das ist völlig in Ordnung. Hauptsache, es passt am Ende für euch. Wie gesagt, wir zeichnen jetzt hier die Domino-Löcher an. Wir werden bei jeder Verbindung zwei Dominos fräsen und ready, steady, go! Backa-löcher an. Das war's für heute. So sieht unser Rahmen jetzt aus und ist natürlich noch nicht verleimt. Denn das Verleimen von solchen schrägen Teilen ist ja nicht ganz so einfach wie bei der Variante, wo alles einfach nur gerade ist. Wir wissen ja, wenn es gerade ist, dann können wir unsere Zwinger einfach ansetzen und schön parallel den Druck aufbauen und somit alles schön zusammendrücken. Hier schon bei einem 5-Grad-Winkel, der wirklich nur sehr, sehr leicht geneigt ist, funktioniert das schon nicht. Wir können die Zwinger nicht mehr so ansetzen, wie wir das für gewöhnlich machen, einfach weil sie sonst sehr punktuell drückt und wahrscheinlich auch Druckstellen ins Hauls macht oder sie verrutscht. Und durch zu viel Kraft beim Verrutschen fliegt der Rahmen auseinander, es wird alles nichts. Es gibt natürlich eine sehr einfache Lösung. Wir haben 5-Grad-Winkel an die Beine gesägt. Das heißt, wir haben höchstwahrscheinlich auch Abschnitte, die einen 5-Grad-Schnitt und einen 90-Grad-Schnitt haben. Was wir also machen können, wir können die hier rechts und links einfach auf Höhe der zu verleimenden Verbindung ansetzen und können dann unsere Zwinger ganz, ganz, ganz gewohnt darüber setzen, zack, und können schön parallel den Druck aufbringen und unsere Verbindung sehr, sehr gut verleimen und schön Druck aufbauen. Ganz wichtig, auch bei solchen Sachen nochmal klar machen, wir brauchen nicht 27 Tonnen Druckkraft. Wir wollen das einfach nur schließen. Gerade bei schrägen Sachen, je mehr Druck wir aufbauen, desto eher neigen wir dazu, dass sich alles verschiebt, einfach weil eventuell doch Teile nicht hundertprozentig zusammensitzen. Also nicht zu viel Kraft. Es gibt aber auch eine etwas geilere Lösung, wenn man öfter Winkel verleimt, und zwar solche Aufsatzpads hier. Ihr habt die bei mir schon ein paar Mal gesehen. Und was das Schöne bei denen ist, die gleichen sich halt dem Winkel einfach an. Das heißt, wir setzen die Zwinge, so wie wir das kennen, gerade über die Verbindung. Und die Pads werden sich dann unserem 5-Grad-Winkel auf beiden Seiten anpassen. Und wir können hervorragend, ganz vorsichtig, ohne Stress hier Druck aufbauen. Wir sehen, ihr habt es vielleicht auch gerade gesehen, es hat sich direkt, plack, gerade gezogen. Passt perfekt. Warum nimmst du dann gleich nur eine von diesen Zwingen, wird eine Frage sein. Ich habe nur zwei Aufsätze. Das wäre natürlich nice, wenn ich mehr hätte. Ich habe aber nur zwei. Nichtsdestotrotz ist das natürlich perfekt, weil wenn wir das einfach hier ansetzen, haben wir nicht den Stress, dass wir diese Klötzchen festhalten müssen. Und das auch nochmal, ihr müsst das natürlich alles irgendwie ausrichten. Deswegen sind diese Füßchen schon ganz geil. Deswegen eine Zwinge mit Füßchen, den Rest müssen wir leider mit Klötzchen machen. Also Leim drauf und los. Also Leim drauf und die Zwinge mit Klötzchen machen. Eine Sache kann man hier jetzt auch nochmal ganz schön sehen. Wir haben ja gesehen, dass ich jetzt nicht so rasend viel Leim genommen habe. Muss man auch nicht. Es wird ja oft so ein bisschen suggeriert, ganz, ganz viel Leim hilft auch viel. Ist aber nicht so, wenn wir verstehen, wo der Leim arbeiten soll. Nämlich hier einfach nur in den Dominos oder auf den Dominos. Da brauchen wir auch nicht sieben Liter Leim drauf kippen. So schnell und einfach kann man sich Tischbeine bzw. ein Tischgestell bauen. Wie kriege ich jetzt so ein Tischgestell an meinen Tisch? Die klassische und auch so ein bisschen Königslösung wäre natürlich, dass man mit Eindrehmuffen arbeitet, die man dann in die Tischplatte schraubt und dann das Gestell mit einer schönen Gewindestange an die Tischplatte schraubt. Dabei ist es natürlich wichtig, mit einem langen Loch zu arbeiten, damit die Tischplatte atmen kann und keine Spannung auftritt und irgendwas gegeneinander arbeitet. Was man aber, und das sage ich euch einfach, weil ich wie immer ganz ehrlich bin, auch machen kann, man kann solche Beine auch einfach in den Tisch schrauben. Warum sage ich das so? Das habe ich früher auch so gemacht. Wir haben in meinem Büro den Nussschreibtisch, den ihr vielleicht von Werktag kennt oder von anderen Videos. Die Beine waren da jahrelang einfach nur drunter geschraubt. Das funktioniert. Oh, da wird schon rebelliert. Es funktioniert wirklich. Es hängt natürlich davon ab, wie formstabil euer Holz ist. Es ist machbar, das möchte ich nur sagen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, nehmt auf jeden Fall solche Eindrehmuffen. Wie wir unsere Beine an den Tisch bekommen, denn wir machen ja hier eigentlich gerade eine Serie, auch wenn das eigentlich ein völlig eigenständiges Video ist, das werdet ihr nicht heute erfahren, sondern nächste Woche Mittwoch. In diesem Sinne habt ihr heute gelernt, wie ihr solche Beine bauen könnt. Ihr könnt natürlich jede andere Form nutzen. Und auch, was es hiermit auf sich hat und wie wir das lösen, werdet ihr nächste Woche sehen. In diesem Sinne schmeiße ich jetzt einfach nur aus Entertainment-Zwecken auch die zweite Eindrehmuffe nach unten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.